Hallo Einzigartige, ich bin's wieder, sind der Ella und heute zeige ich euch, wie man diesen leckeren Heringsbaguette macht. Hier benötigen wir Baguette oder Brötchen, Butter, Bismarckhering aus dem Glas, saure Gurken aus dem Glas, Salat, Zwiebeln und eine Karotte. Dann war es auch das Papier. Auf beiden Seiten Butter bestreichen, Salat, Salat, Zwiebeln und am Schluss noch Karotten drauf. Und fertig ist euer Fischbaguette. Vielleicht konnte ich euch ja inspirieren, dieses einfache Rezept auch mal nachzumachen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!